Warte mal, machen wir ganz anders. Ah, ich habe jetzt keine Slimeballs bei. Hat irgendjemand ein Slimeball zufällig auf Tasche? Einen einzigen? Ne. Ich schüttere. Du kannst den doch hier oben hin machen, Spawny. Guck, mach den doch einfach da oben in die Mitte. Und machst das Wasser eins höher. Meinst er praktisch hier. Genau. Warte mal, ist der ja eigentlich hier hin? Warte, wenn wir du da gerade machst, ist es stimmt nicht mehr. So, warte mal. Mist. Das Wasser kommt doch eins höher, Spawn. Ne, das sitzt doch einfach so auf der Höhe. Passt doch. So. Ach, du hast es so versetzt. Jetzt bist du ja nach vorne gerückt. Oh, ne, effektiv. Hier ist er. Oh, kommt die bald klar da? Nö. Ich weiß, was wir machen. Wir machen das Wasser da hinten rein. Da in die Lücke. Genau. Und dann kannst du hier den Pisten hin machen. Ich hab ja keine mehr. Wo sind jetzt die da Schalter hin? Ich hab keinen Schalter mehr. Ich hab den einfach da dran gelassen, den Knopf. Ding. Nicht? Genau. So, und schon. Dann hauen wir jetzt hier nochmal. Und dann können wir die nämlich schön generell erweitern. Wie es uns gerade lustig ist. Ist auch klar. Schön ausleuchten, die Hütte. Mach mal bitte an. Wasser im Arsch. Theresa, Wasser im Arsch. Ne, doch noch nicht. Ich glaub, du bist da eins zu früh. Hm, ich glaub auch. Ne, zwei zu früh. Und in der Mitte? Ja. Nee. Ja, okay. Nee, passt aber noch. Nee, da können wir eigentlich nicht. Weil hier wächst ja eh nix. Also, wächst schon, aber... Wachst du, denkst du? Nee, wächst schon, aber das wird ja weggetragen. Weil da kommt ja genau gerade das Wasser von oben. Da hast du dann ja keine Strömung. Ich glaub, das geht trotzdem. Einzel? Ich hab leider nur vier Seeds dabei. Ja, ich kann ja jetzt nicht so viel machen. Ich hab's nicht. Dessen bin ich mir auch gerade bewusst geworden. Es ist nicht genug Wasser. Ja, nee, ja. Wofür gehst du denn hin? Was machst du da unten? Spawn? Da heißt er ja. Was machst du da? Wasser? Hm? Wasser, damit die Felder da bleiben. Ach so. Ach, das mach ich mal anders. Aber ist egal. Ich mach das immer unter die Steinbegrenzung. So. Gut, vielesprung. So ist es. Da fällt's noch weniger auf. Pup. Pup. Ich müsste auch langsamer ins Pupu-Bettchen. Ja, mach mal doch auf. Wenn Spawn nicht mal fertig wird mit seinem Gebuddel da. Der Morgen ist ja Montag. Hab ich auch vernommen. Du weißt, dass Fliesel das Wasser reicht, Spawn, oder? Echt? Ja. Aber mal hau rein. Boah. Das soll der Geiz. Fein, mach der dann. Genau. Ich hab' 16 Stück bei. Nee, brauch's, brauchen wir nicht. Aber irgendwie läuft das hier nicht so ganz, ne? So. Nun ist er fertig. Nun können wir ausmachen. Boah, die Puzzle. Ja. Weißt du, wie anstrengend das ist, wenn man die ganze Zeit einen schlafenden Hund beobachtet? Nee, war mir bisher jetzt nicht so bewusst, muss ich sagen. Aber jetzt, wo du es erwähnst, guck doch gar nicht hin. Der sitzt, liegt ja genau neben meinem Monitor. Dann leg ihn doch woanders hin. Ja. Ich kann ihn ja mal ein bisschen wach machen. Oho, 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 oho. So, gut, dann lassen wir es dabei mal gut sein. Wir haben jetzt auch eine schöne Farm gebaut. Genau. Wir müssen noch ein bisschen beleuchten, aber ansonsten ist ja alles gut. Den ganzen Müll wieder zurück hier. Wer will Glasen sein mit dir? Wetz? Glas? Da will mir einer eine Glasen. Mach mal Glas, komm. Schniefst du, meine ich, in mein Mikro? Schicke Melonenfarm hier. Genau, den Rest habe ich ja schon, breit gesprungen. Haben sie schöne Melonen jetzt, ja? Meine schönen Melonen. Wir müssen nur dann nächstes Mal einfach hier das Wasser noch auffüllen. Ah, das können wir nächstes Mal machen. Nun wissen wir gleich, was wir nächstes Mal tun können. Hast du recht. Heddle Stein. Genau. Ich mache Schlacht, die sind noch stehen. So, tut mir Lust. Nee, das macht jetzt, äh... Der Steffen gerade noch schnell. Ich habe keine Erde mehr, ist vorbei. Aus, Ende, Schluss, vorbei. Gibi, raue ich. So, tut mir Lust. Und dann springt die da voll über die Melonenfarm. Oh, nee, Pumpkin. Ist ja auch egal, davon haben wir ja genug. Reicht doch, die braucht man ja eh nicht. Was sagt das nicht? Rein in die Bude, To-Do-List. Ich habe schon. Warten wir gerade auf Eingaben. Eigentlich nicht. Warte mal, ich gucke mal eben in der To-Do-List. Dauert nur noch einen Moment. Also praktisch dann so. Achso, okay, nein. War ich nicht. Ja, es zählt unter, ey. Achso. Du musst den S und Z schalten, lass den S zählen. So, also find the Abundant Mindshaft. Boah, der war ja auch schlecht. Find some diamonds, make 3 golden apples, build your own cards. Make 3 golden apples. Ja. Schattenappel. Ja, also. Abundant Mindshaft. Finden. Kriegen wir alles noch hin. Keine Panik. Zwei apples sind hier noch drin, habe ich gesehen. Ne, irgendwas, was jetzt nicht gerade unbedingt auf der Liste steht. Also, was war denn jetzt Wasser? Was habt ihr da jetzt irgendwie alles geholtet? Genau. Genau. Schreibe ich jetzt hin, irgendwas mit Wasser, was die da jetzt angefangen hat. Alles klar. Wasser zu machen. Irgendwas mit was... Ist klar soweit. Ist klar soweit. Richtig, Aoi. So. So. Boah. So. Innie. Schlägerei. Innie war. Ich mach meinen Bogen aus. Zünde ich ab. Oh. Das wollte ich nicht. Ich hab gesagt, ich zünde dich ab. Huch. Wer war's? Was? Ich nicht. Glaube ich ja wohl nicht. Ne, also ich hab den Krempel nicht. Ich hab etwas davon. Da hat er sich verkriegelt hat er mich. Oh. Ludi. Ähm. Machen wir mal Schluss, Bach. Machen wir mal Schluss und stoppen auf, weil vorne ist hier noch extrahiert, oder wie das heißt, ne? Tüss. Genau. Tschüss. Oder wie heißt das hier mit dem Russell? Auuuh. Klappenverhaut. Tschüss. Offline. Tschüss.